Nee, das dürfte noch passen. Ja, hier geht's einmal hier drumrum. Genau, da war man. Das musste man da hoch irgendwo. Oh mein Gott, ein Kangama. Den nehmen wir mit. Ein riesiges Kangama Level 19. Ich sehe jetzt schon wieder, dass der wieder blöd hin und her hüpft. Ich ziele auf den Schritt, denn heute stirbt Santa Claus. Hannes der Dicke füttet 5 Euro an Adi. Komm ich zu spät oder läuft's noch bisschen. Grüße an dich, Ramelan und Adi. Lächelndes Katzengesicht. Lächelndes Katzengesicht. Ramelan, Ramelan und Adi. Nein, du brauchst Schlitzer. Das Beste. Ist das jetzt sinnvoll, wirklich hier oben weiterzugehen? Oh mein Gott. Ein Tauros. Jetzt habe ich den Weg verlassen. Mann. Die blöde. Hat mich vom Weg abgeschmissen. Ich weiß nicht, wie schwer der zu fangen ist, aber der ist neu und deswegen kriegt er jetzt erstmal hier eine Himi-Beere. So. Zielen. Zielen ist gut. Der steht ja gar nicht. Ich muss hier schön in die Mitte des Bildschirms. Controller gerade aufrichtig halten. Ah, nicht werfen. Controller gerade halten und dann... Oh, der ist aber hektisch unterwegs. Mann, Mann, Mann. Warum wirft er jetzt wieder schräg? Ja, ja. Der ist eh drin. Aber trotzdem. Mich regt das auf. Diese blöde... Wenn es wirklich mal um die Wurst geht, dann muss das sitzen. Ja, es muss sitzen. Nicht so... Was will der denn jetzt hier? Taubsi. Wie wäre es, wenn ich einfach in die Stadt gehe, mich aufheile und zurückkomme? Nein, Ramses. Ja, das ist scheiße jetzt. Jetzt habe ich hier die alle so. Ja, das ist scheiße.